Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich stehe hier auf dem Lingener Marktplatz und noch ist alles ruhig. Noch hat niemand begriffen, dass die Zombie-Apokalypse begonnen hat. Alle, alle werden sterben. Ausnahmslos. Alle werden sterben, denn die Zombies sind unter uns und sie werden uns alle umbringen. Wir haben sogar einen eigenen Radiosender gekapert. Und man munkelt, dass sie als nächstes das Fernsehen übernehmen wollen. Ich werde jetzt einige Lingener Bürger befragen, ob sie schon etwas von der fürchterlichen Apokalypse mitbekommen haben. Guten Tag, der Herr. Haben Sie schon etwas von der Apokalypse mitbekommen? Ich kann es nur einfach... Hallo, Paul. Hallo. Danke sehr. Und jetzt zurück ins Studio. Und jetzt zurück ins Studio. Musik 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 Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Ugh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mach das aus jetzt. Es reicht auch. Nein, mach das aus jetzt. Ich hab... Ich hab... Ich hab...